Hallo und herzlich Willkommen zu Saints Row the Third also Fabio ist auch schon dabei und vermasselt schon wieder den Einstieg Egal ich wollte Saints Row the Third spielen und als Let's Play machen aber so als Zwischenprojekt, da Fabio im Moment nicht aufnehmen kann, dass ich noch etwas weiteres hab, dass ich wo klang kann mein PC ist am abspacken wie die Scheiße ja kann nur noch spielen, da kann ich mir gleichzeitig aufnehmen ja Festplatte überläuft, Fall Fall was dann kann ich nur noch so mit 15 Frames aufnehmen, jedes Spiel naja und jetzt spielen wir Saints Row the Third und ich nehm auf Fabio spielt mit und das Spiel ist einfach genial vom Humor her ich kann aber zu wenig gut das ist genial abgefasst ich kann aber zu wenig okay wir machen Friendly Fire leichter Schaden an und wir starten Koopspiel starten startet das bei dir? wie ist es am Laden? Ladebildschirm, Ladebildschirm oh nö jetzt kommt das geile Fakte Intro das ist gar nicht geklappt, das Intro Eroberung und Quest ich liebe es die Geschichte der Menschheit das Story of Human History hast du willst du es überspringen? ich hab einfach auf mein Gamepad X gedrückt weiß ich dass das ist naja ich spiele mit Gamepad er hat nicht sag was ne das ist so episch das muss durchlaufen ja wusste ich dass das X abbrechen will? nein hm keine Ahnung schau'n die weist 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 mal wieder weist mal wieder weist mal wieder weist mal wieder who gives a fuck about Piziers also ich spiele mit Gamepad und Tastatur weil die Fahrzeugsteuerung mit Gamepad es einfach geiler ist ich hoffe ich krieg kein ich hoffe ich kriegen kann Strike-In für das Spiel obala ha 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 hast du schon ähm Thuron System ausgemacht und wieder angeschaltet? wann? weil sonst hast du ein paar Töne nicht ah diese diesen Bug was für ne hab ich nicht hätte man mir vielleicht auch vorhin sagen sollen ah ich hör da dauerhaftes so 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 ein komisches Klopfen auf meinem Kopf hören er muss das außen wieder anschalten dann geht's meinst du ja was bei mir geht's hin ja was bei mir geht's hin ja ja das funktioniert ja das ist so apgf ich liebe es ich bin cool mit der Saints movie Hey, don't be a dick. Would you clear some gang banners? A bunch of pussies. We should be all up in their shit like fuck. Ich hab immer noch diesen Soundbuck. Dann schaut's einfach ganz aus. Nein. Dann klingt's komisch. Let's go. Toll. Es schießt immer alles. Ich gehe kurz in die Einstellung. All das Spiel passiert. Stimmt. Kann ich auch kurz mal den Sound ein bisschen leiser machen. Audio. So, jetzt soll es sein, funktioniert es. So, gib Gummi ja. Ich hoffe es. Äh, wieso? Ah, jetzt. Warte, ich höre immer noch keinen Sound. Oh. Ah, ich hab Geräusche so leise gestellt. Ah, jetzt höre ich wat. Alter, die Schnauze. Los geht's. Boem. Laat doch naaaag. Yes? Ah, da hoch. Da war ja wat. Ich hab's nicht mehr. Ich kenn den Anfang in- und auswendig. Ich nicht mehr. Kann ich mehr haben? No way we're cracking this tank. Ready for plan B? Yep. Josh, come over here. Got the tools right here, Holmes. So, uh, what's the plan B? Hä? Drill it. Fuck no. We blow. What? Dude. Not cool, man. Ich hatte Angst vor C4. Ist doch lustig. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Ah, ich hab's C4 bekommen. Hast du's? Ja, ich hab's. Ich will ein Foto, ich will ein Foto. Ich will... Ich drehe die die ganze Zeit. Guck mal. Äh. Boom. Ja, so. Jetzt sind wir zwei Bosse. Oh, ne, jetzt kommt ja der Knopf-Geschicht. Jetzt kommt ja der Knopf-Geschicht raus. Hey, Leute. Du kannst den Helikopter aufbauen. Ich find den Weg, um den Ball zu öffnen. Nichts tusten! Oh, man. Josh, are you trying to get us all jail time? What? I don't want to be some dude's bitch. Ha, 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 ha. Do I have to go after him? Forget about it, he'll be fine. Oh, jetzt kommen... Jetzt kommen die galen Typen Shoddy raus. Das war's, guys. Irgendwie ist es doch extrem leise in meinem Spiel. Verteidige dich. Alter. Wow, ich werde angeschossen. Hör auf auf mich zu ballen! Was war'n dat jetzt? Das war'ne Blank-Granate, aber jetzt kommt die Einsatzkriebe hier. BAMS! Ist die Blank-Granate von denen? Das war'n die Blank-Granate von denen, weil ich hab' noch keine. Wie geh' ich in Deckung irgendwo? Ich hab' ne Geisel. Wie geh' ich in Deckung, Fabi? Ähm, mal kurz. Mit Dings, äh, Dings, 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 Bims. Wie bei Battlefield! Granate! Ja, man kann doch an Gegenständen dran stehen. Ja, kann man. Oder was auch immer mehr so. No, wie. Ich glaub' bei diesen Gegenständen geht's gar nicht. Wie man überhaupt kann, weiß ich auch nicht. Da steht er hoch. Und so zu sagen, Pro-Indo-Spieler, ich liebe es. Also, was geil ist, hier kannst du nicht runterspringen. Hier kannst du nur auf die Wand. Wiii. Guck mal. Oh, Heli! War kurz. Ey, Allah, was machst du denn du hier? Bist du Probleme? Unser Heli kommt. Das kam ich gerade nur mit der Pistole. So, jetzt wird's lustig. Jetzt kriegt jeder an MG und muss an eine Seite. Und dann kommen ganz viele Helis und ganz viele Einfotzeuge. Dann muss ich nicht alles erzählen. Go, go, go! Ich hab einfach keine Lust zu verkacken. Du stehst und du jetzt nicht. Ich weiß noch wie der Anfang. Nein, nein. Ein Stimmt. Du siehst, und ich hab' nicht, aber du bist da. Doch, nee, seh' ich. Neben dir, hallo. Ja, hallo. 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 Weißt du, die Helis musst du auch um da schießen? Ich bin ja schon dran am Schießen. Weil ich mach' die Helis, du machst die Leute. Nee, wir müssen auf beides. Ist Schwierigkeitsgrad normal. Ähm, ja, ich hab' das auch normal alleine durchgezockt. Wow! Und hab' alles alleine gemacht, Sebastian. Aber Multipläse war eigentlich schwieriger. Wie ich hab' gesagt, mach' die Leute, ich mach' Helis. Das ist einfach überall. nur ein und bisher waren es heute kann sein was treffen ja im kopf ist ein bisschen anders man sich spielern und meine beispielsweise ich bin nicht was an die Wand gekauft sondern du weiß es wo ja weg von dem Weg spring auch schnell runter ne bist du dort unten Fabi ah ne du bist neben mir der große Helikon wieder attack jobber ja der macht es jetzt gleich guck jetzt kommt was lustiger oh fuck Respekt ein guter Übersicht Vertrauen Respekt auf Landgossalte habe ich schnell lange vermisst du da Ladevorgang und Hinweis Planets 1 was mache ich ich möchte mein Charakter anpassen das ist das so aus dem Ura verabschiedern passend ist das mit Anerkennung selbst an Faktor an also wie es selbst anpassen und zu den Charakter selbst machen du kannst das ganz hinten n es sei ja ein auswählen Akta anpassen eingabe ähm körper ethische zuge geschlecht männlich asiatisch nee ich sag jetzt nicht was ich mach ich weiß schon was du machst was denn alter sex appeal das ist so crazy oder ja klar ist klar diese haufe aus einem körpermerkmale oh es läutet fabi das nächste war mit dem klingelton ohne musik mit neuts tut mir leid das war die erste folge leute bis zum nächsten mal sag was tschüss